und sie hielt durch einst wurden 378 exemplare der diesel elektrischen baureihe 120 zwischen 1966 und 1975 an die deutsche reichsbahn geliefert aufgrund fehlender schalldämpfer bei den ersten 177 maschinen hörte man sie bereits von weitem sie trommelte sich damit nicht nur durch die taiga sondern auch in die herzen vieler modelleisenbahner doch 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 so ist es daher ist es nicht verwunderlich dass ich ebenfalls eine weitere tiger trommel in meinem fahrzeugbestand haben wollte die wahl fiel auf 120 305 ein exklusiv modell von rocco für spiele max aus dem jahre 2018 welche seitdem in meinem kleinen aussie universum den schweren güterzug dienst übernimmt hier zieht sie zum beispiel eine kleine auswahl meiner zwei-achsigen gps güterzugwagen durch die gegend also jetzt wird es unglaubhaft na was sagst du zu dem quark jetzt spielt der auch das alberne spiel ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020